hallo ihr lieben ich habe heute bei sarah mir ein paar klamotten gekauft diesen stapel und das teil was ich hier anhabe für insgesamt 85 euro eigentlich sind es oberteile 1 2 3 4 5 6 oberteile und eine hose also beginnen wir jetzt mal mit den oberteilen das sind solche stretch oberteile ich mag solche oberteile ganz gerne unter einem bläser wie jetzt hier unter dem bläser anziehen oder unter einer strickjacke das ist jetzt aus elastan und polyamid in einer farbe die echte hammer ist ich weiß nicht ob sie mir steht ob für den preis 7,95 euro konnte ich nicht widerstehen ich weiß nicht ob das also ein senfgelb oder irgendwie in der kamera sieht zelle aus oder safran oder doch safran oder sanddorn also das schöne an diesen oberteilen ist wie gesagt dieser stretch anteil und dann ist über der brust hier ist dann noch so ein teil also das ist so eine verstärkung kann man also auch ohne bh anziehen also habe ich gekauft in diesem gelb einmal blau weiß gestreift fand ich total cool zu einer weißen hose wenn man im norden unterwegs ist oder man kann jetzt wird es auch noch dunkel oder auch so im sommer gestreift ist ja total up to date ich kann euch ja mal die passform zeigen ich stehe jetzt mal auf und zeige euch das mal also das ist wirklich jetzt halte ich in meinem oberkörper in die kamera das sitzt ganz toll in m gekauft damit es nicht ganz so eng ist und ja passt doch hier sehr schön also für 7,95 euro sorry da kann man echt das kann man eigentlich gar keinem erzählen ich bin total überrascht weil ich habe auch solche ähnlichen oberteile von anderen firmen da sind die bedeutend teurer deshalb habe ich mich total gefreut als ich diese teile bei sarah habe hängen sehen dann noch zwei hemdchen die haben das ist ein sehr schöner durchwirkter so ein löchriger stoff es ist baumwolle mit knöpfchen finde ich sieht toll aus unter einem karierten hemd oder auch unter einem blazer in schwarz und in das ist nicht ganz weiß so cremefarben die kosten 12,95 die sind ein bisschen teurer und ich habe es noch in anderen farben in so einem das war so ein wie nennt man das so eine signalfarbe so ein grün gelb also so ein richtiges so neongelb war das das ging leider nicht dann habe ich noch ein ganz normales t shirt gekauft was keine farbe ist in diesem puderton in so einer a form mit einem tiefen v ausschnitt und zum schrägen ärmel also dass der ärmel nicht hier so zu eng am arm sitzt kostet die gibt es in weiß in schwarz und in diesem puderton für 5,95 euro ist baumwolle und dann habe ich noch eine hose gekauft und diese hose das ist das bündchen oben gehört zu sarah basics so eine karierte hose wie so eine art anzugsstoffhose wie das wie man das jetzt trägt endet oberhalb vom knöchel sieht toll aus mit ballerinas oder auch mit einem high heel oder mit einer stiefelette wird vorne ich habe meine nummer größer genommen in m das ist ein bisschen hüftiger sitzt ich mag das wenn es so hüftig locker sitzt hat hier hinten so eine art gummizug was ich auch sehr schön finde sind die seitlichen taschen hinten hat es auch noch mal zwei gesäßtaschen und reißverschluss und so einem knopf hier so wie so anzugshosen mit so einem also hier ist ein knöpfchen und dann so eine so eine schlinge diese hose kostet gehört auch zur sarah basics kostet 29 euro 95 dann war ich noch bei gertz und habe ein paar schuhe gekauft von der hausmarke gertz in nasa heißen die und zwar geht es um diesen schuh das ist eine pantolette aus wildleder und die farbe nennt sich ecrü also ich sagte das mal dass es ecrü ist das ist es ist ecrü wenn ihr meint dass es anders heißt schreibt es mir bitte ich glaube das ist ecrü farben ein flacher wildleder eine flache wildleder pantolette mit einem schönen fußbett kostet 59 euro 95 sieht toll aus zu einer weitenhose zu einer engen also ich hatte jetzt so eine engere jeans an das hat toll aus aber auch mit einer weitenhose also ich möchte immer nur ballerinas anziehen ich finde das sehr angenehm dass das hinten offen ist und die sind super bequem laufen sich ganz ganz toll wenn jetzt jemand ein etwas breiteren spannen hat ist hier nochmal so eine innen so eine art gummi und gummi ja ein gummi ist das ne den sich auch noch so ein bisschen wildleder also ich war total begeistert gibt es in dieser farbe und in schwarz auch von anderen firmen haben sie aber gleich das doppelte gekostet insofern war ich echt an also wirklich ganz angetan dass diese schuhe nur 59 euro 95 gekostet haben und da ist man auf jeden fall mit angezogen also ich möchte nicht immer nur in ballerinas oder in sneakers rumlaufen und auch nicht immer in hohen schuhen die schuhmode ist ja sehr die ist sehr vielseitig dieses jahr also von wildleder und leder und lack und alle absatzformen alle absatz höhen von ganz flach mittel hoch block absatz spitz zulaufende also wahnsinn also man kann ja eigentlich eigentlich kann man alles tragen also auch das was man noch hat ich habe auch noch schuhe die sind schon ewig also habe ich schon jahrelang richtig tolle schuhe die eigentlich nie aus der mode kommt aber manchmal möchte man ja auch jetzt neunton ich brauchte jetzt dringend einen flachen schuh weil bei mir ist es mit momentan so dass ich entweder chucks habe also so 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 freizeitschuhe oder eben stiefel und sie sind dann hoch aber ich brauchte mal etwas was jetzt ein bisschen seriöser aussieht dass man kann ja nicht immer überall sneakers anziehen und ehrlich gesagt so gern wie ich ballerinas mag und auch egal von welcher marke ihr euch die kauft fürs für die füße sind sie nicht besonders günstig ist wenn wir daran laufen also wir sind platt wir laufen direkt platt auf der erde und es gibt kaum ballerinas mit fußbett insofern machen wir uns auch die füße kaputt wenn wir in diesen ballerinas rumrennen und schwitzen da drin auch also hier ist ein fußbett das ist auch noch mal so gepolstert diese ferse also ich war total angetan und das verrückte ist ich hatte in den als junges mädchen in den 80er jahren hatte ich auch schon mal so eine pantolette und es gab auch letztes jahr schon ein paar toiletten das ist ein komisches wort ne pantolette die waren aber so wie diese college schuhe so 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 sind ne und dann hinten offen die form hat mir also die finde ich klasse und die läuft sich fantastisch so so ihr lieben das war so ein kleiner kurzer klamotten haul also für 85 euro sieben teile das ist schon eine ganz schöne ausbeute und manchmal bekomme ich echt ein schlechtes gewissen denke man gut das ist jetzt sara also ich habe bei sara ich gehe mal davon aus dass es jetzt nicht alles in so billigländern her also dass eine kinderarbeit also dass da die leute so ausgebeutet werden aber wir wissen es eben nicht dass man weiß es nicht ganz genau man vermutet es aber wenn man sich das überlegt was so kosmetik kostet ne also bei besonders so farben die wir uns aufs gesicht geben besonders lidschatten paletten ne wenn man das im vergleich zu klamotten sieht ist das schon total krass ne man gibt man guckt bei der klamotte ob das t-shirt jetzt 12 euro oder 25 euro kostet und eine lidschattenpalette da sagen wir bei 50 euro naja okay machen wir gönnen wir uns mal es ist schon irgendwie manchmal ein bisschen crazy alles aber gut man zahlt eben auch auf den das label mit das ist nun mal so dass man das label mit bezahlt und den namen wenn man eben tolles produkt haben möchte warum ich eigentlich bei bei sara war ich wollte so eine jacke das ist auch eine sarah jacke das ist ein mantel das ist ein mantel ja und ich wollte so eine kurze so eine kastenjacke haben fürs frühjahr eine hellere hatten sie aber noch nicht die kommen wohl erst nächste woche oder übernächste woche ansonsten möchte ich gar nicht groß jetzt so shoppen man hat ja sachen im schrank wir müssen ja die sachen auch mal tragen die wir uns so im laufe der zeit gekauft haben natürlich wollen wir was neues ab und zu es ist eben schön wenn man sich also was ich kann man muss ein paar gute basics haben finde ich gut jetzt diese t-shirts oder diese hemdchen das sind jetzt eigentlich auch basics die ich jetzt sehr 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 günstig gekauft habe aber wenn ich mir jetzt bei einer teuren markt bei pepe jeans zum beispiel solche solche basics mir angucke das ist auch polyamide und elastane und dann zahle ich eben dann über 100 euro für so ein teil und dann überlegt man sich also da bekomme ich es für zehn also dass man kann ja auch ein bisschen schauen und den geldbeutel so zusammenhalten es ist natürlich mühsam wenn man so also ich finde es sehr mühsam in einkaufen zu gehen weil man weil es so viel gibt weil nicht so richtig geordnet ist sondern steht man da dann darf man nur fünf teile mit in die kabine nehmen und dann steht man da drin oder will man das in einer anderen größe haben muss man sich total komplett wieder anziehen und wieder rausgehen man kann ja das nicht alles in der kabine lassen seine sachen die leute die dort arbeiten haben gar nicht den die zeit und den nerv dir die sachen zusammen zu suchen das ist eben es ist oft anstrengend deswegen verstehe ich eigentlich verstehe ich auch dieses dieses homeshopping also wenn die leute eben gerne im internet bestellen dann hat man gut dann hat natürlich also umweltbewusst ist es nicht wenn dann ständig pakete kommen aber man hat dann die sachen zu hause man kann sich ihm viel zur auswahl bestellen und kann das in ruhe anprobieren so steht man völlig gehetzt und genervt in so einer engen kabine die klamotten fallen von diesen zwei haken die da sind das sind meistens nur zwei haken in so einer kabine wo man seine eigenen sachen hinhängen darf und dann diese bügel hinhängt dann hat man vielleicht noch einkaufstaschen dann steht man da im dreck mit wenn man sich ausziehen eigentlich auch alles nicht so pricke aber damit muss man das ist eben so wenn man einkaufen geht ja ihr süßen ich hoffe ihr geht es euch geht es gut ich habe eine rege kommunikation mit meiner community was ich sehr sehr schön finde besonders nach diesem letzten ding nach diesem blöden kommentare video ihr habt mich ganz zauberhaft solidarisch unterstützt und so toll geschrieben und es hat mich echt gerührt und das geht nicht an mir so vorbei das hat mich wirklich gerührt und sehr gefreut dass ich ja so tolle frauen auf meinem kanal habe und irgendwie ist das doch im leben so dass man dass ich so bestimmte leute einfach die die kommen zusammen die finden sich einfach was so zueinander passt und das macht mich doch sehr sehr glücklich ich habe zwar 50 aber ich habe auch jüngere frauen dabei und das freut mich sehr und ich bedanke mich möchte mich einfach noch mal bei euch bedanken dass ich das ganz toll fand wie er so hinter mir gestanden habt und mir gesagt hat mensch ärgere dich nicht das ist das ist schon schön wenn dann jemand und wenn es nur so schriftlich so hey auf die schulter gehauen jetzt ärgere ich meine ich ist alles okay mit dir war schon schön in diesem sinne ihr süßen wünsche ich euch wie immer alles liebe alles gute und seid besonders gut zu euch und guckt mal nach in eurem kleiderschrank was da so ich musste auch noch mal ich bin jetzt ständig am aussortieren ich heute nicht so viel aber man hat trotzdem sachen wo man immer denkt mensch jetzt hängt das da immer noch ich ziehe das eigentlich nicht an man kann sich aber nicht trennen und man sollte es aber eigentlich machen wenn es weg ist es weg dann sieht man es nicht mehr und ärgert sich nicht und man schafft platz für neues anyway ich wünsche euch wie gesagt das beste und bis bald ciao